Die Maisernte 2021. Auch in diesem Jahr hat das Lohnunternehmen Schlüter die Maisernte mit neuen Maschinen und neuen Herausforderungen gemeistert. Die Maisernte dieses Jahr war im Grunde genommen genauso wie die Aussaat weit auseinandergezogen. Frühe Bestände waren schon Ende September reif und konnten beerntet werden. Und wir sind letztendlich auch durch kurze Wetterphasen mit Regen dann bis Ende Oktober mit der Maisernte beschäftigt gewesen. Wir waren erstaunt, dass der Mais, trotz teilweise sehr später Aussaat, auch dann noch gute, gut durchschnittliche Erträge gebracht hat und auch noch einen angemessenen Reifegrad entwickelt hat. Die Bodenverhältnisse waren durchweg gut. Hier und da durch Regen war es auch mal ein bisschen schwieriger, aber insgesamt eine durchweg gute Befahrbarkeit. Die Bodenverhältnisse waren durchweg gut. Zum Einsatz kam dieses Jahr in der Maisernte unser neu angeschaffter Jaguar 980 mit dem 10-Reiher 375 von Kemp. Weiterhin hatten wir unsere vier Gespanne. Je nachdem, wie gebraucht wurde auf den Betrieben im Einsatz. Das waren 828 Vario mit dem 3-Axer Joskin Cargo. Dann der 828 Vario mit dem Vario Grip mit dem Minus 40 Kubik Häckselwagen. Dann unser Vario 820 mit dem Bergmann-Häckselwagen und dann teilweise mit Aushilfe von Betrieben auch dabei der zweite Bergmann-Häckselwagen. Auf dem Silo haben wir unseren neuen Vario 939 Generation 6 eingesetzt mit dem Holaras-Schild. Das hat sehr gut funktioniert. Der auch mit Reifendruckregelanlage, der sich dann auch den entsprechenden Bedingungen in der Silage anpassen konnte. Weiterhin haben wir bei sehr großen Feldentfernungen Hilfe durch zusätzliche andere Unternehmer erhalten. Das war die Firma Bleck aus Vorderkamp, Benzlin aus Schönweide, Patrick Wartermann aus Würz und auch Axel Schnackenberg. Die haben uns dann bei weiten Feldentfernungen durch Stütz mitgespannt. Mit dem Häckseln ist es aber noch nicht gemacht, denn irgendwo muss der gehäckselte Mais gelagert werden. Wir bevorzugen das System, dass die Silowagen komplett über den Silo rüberfahren. Also sprich ein dünnes Band ablegen, was dann vom Waldschlepper nur noch ein bisschen verteilt wird. Wenn dieser Punkt erreicht ist, dass die Silowagen nicht mehr selber über den Silo fahren können, also nicht mehr raufkommen, dann unterstützt das Waldfahrzeug mit einem Haken und zieht sie das letzte Stück, was fehlt, hoch. Und es kann dann auch während des Fahrens entkoppelt werden. Dann sind keine Ketten oder derweil im Spiel, was zu Gefährdung führen kann. In dieser Jahreszeit kann es auch schnell dazu kommen, dass das Abfahrfahrzeug auf den schmierigen Böden die Traktion verliert. Wenn das passiert, hilft der Häcksler aus und zieht den Traktor den Berg hoch. Für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer sorgt das Lohnunternehmen Schlüter aber auch. Zu diesem Jahr haben wir uns eine Kehrmaschine angeschafft mit 3 Meter Arbeitsbreite. Das heißt, wenn er in geschwenkter Version arbeitet, dann fegt er immer noch 2,70 bis 2,80 Meter. Das heißt, eine Bahnbreite komplett. Ganz wichtig wegen der Verkehrssicherheit. Wir müssen auf jeden Fall immer darauf achten, dass wenn Verschmutzung durch die Gespanne, die auf die Straße fahren, entsteht, dass da also sofort mit der Kehrmaschine hinterhergearbeitet wird, damit die Fahrbahn griffig bleibt und somit keine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer entsteht. Das heißt, man kann, dass die Leute einigernisieren, dort zu fern und zu fern und zu fern. Das ist es eher nicht einigernisier, das Einige, wo diese Geräte zu fern und zur Haltung geschwärts ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.